Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battlemages. Ja, wir sind in den Goblinlanden angekommen, um dort herauszufinden, was aus den Zwergen geworden ist. Haben deswegen auch ziemlich viele Goblins in unseren... Hier haben wir Dienste genommen. Weil es hier nichts anderes gibt aus den Goblins. So, und jetzt auf jeden Fall hier mal uns um... Vorwärts! Ein paar viele Untote kümmern. Ja! Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. Ja, und die Städte hier unterstützen. Hier ist eine dunkle Krypta aus der kleinen Skelette kommen. Ja, aber erst einmal gucken, was die Städte von uns so wollen. Wohin gehen? Nur Vögel sind schneller. Was soll denn? Wo kommt denn die Armee her? Das war nicht der Sinn der Sache. Vorwärts! Vorwärts! Und ja, so wie es aussieht, ist militärische Fähigkeiten 15 das Ende für militärische Fähigkeiten. Hm. Nur Vögel sind schneller. Ja! Nur Vögel sind schneller. Töten! Also ja, 15, höher geht nicht. Okay. Vorwärts! Vorwärts! Ja! So, ziehen wir uns erst einmal hierher zurück. Ja! Vorwärts! Lassen die Goblins hier auf offener Straße kämpfen. Ja! Gehen wir, mein Teurer! Gehen wir, mein Teurer! Für euch immer. Der Feind schläft nicht. So, meine Ritter haben die nächste Stufe erreicht. Das ist gut. Gucken wir mal, was wir für die Stadt tun können. Oh, hier kommt alles Mögliche. Äh, Höhle, Krypta des ruhigen Schlafens zerstören. Ja. Und die Krypta zerstören. Wohin gehen? Ihr habt eine Aufgabe für mich? Oh ja, da oben ist jetzt wieder die große untote Armee. Wird erledigt. Zum Sieg! Hä? Zum Angriff! Angriff! Also ja, die wollen, dass ich die Krypta zerstöre. Das ist in Ordnung. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Ich muss aber erst einmal meine Reiter heilen. Und ja, die riesige untote Hauptarmee scheint gerade noch nichts von uns wirklich zu wollen. Gehen wir, mein Teurer! Also kümmern wir uns mal um das Berserkerlager hier. Töten! Und? Ist noch etwas? Der Feind schläft nicht. Oh, die sollte ich natürlich auch mitholen. Was? Der Feind schläft nicht. Was? Der Feind schläft nicht. Auf jeden Fall ein paar Level-Ups für unsere Units. Ich habe ein paar Gobbos, die ich ersetze. Günstel. Ja! So. Wem habe ich die Ressourcen gegeben? Euch? Wohin gehen? Nein, wohin gehen? Aha. Aha. Okay, ja, da ist wie gesagt eine riesige Armee. Nun, wir wissen nicht. Angriffsgeschwindigkeit verringern, das ist nicht schlimm. Das kriegen meine... Mehr ja als nein. Das kriegen meine Goblins, wenn sie da durchkommen irgendwo. Und? Kein Problem. Ah, gut. Hier oben ist auch noch eine kleine Skelett-Crypto. So. Hm? Mehr ja als nein. Jetzt gehört noch einen sammeln. Ja. Natürlich. Ja. Nur Vögel sind schneller. So, den Friedhof sollen wir befreien und die kleine Krypta da drüben vernichten. Ja. Ja, das sind ein paar Skelette. Aber ja, allein schon wegen den ganzen Schreckensmagiern werden wir hier unseren Spaß haben. Und was wir eigentlich brauchen könnten, wäre der Zauberspruch hier. Ja. 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 Weil das tut vorübergehend die Soldaten, meine Truppen auf eine höhere Stufe stellen. Oh, die bräuchte aber eher Heilung. Nur Vögel sind schneller. Bereit. Ich brauche mehr Manna. Weil man merkt, meine Truppen dezimiert es doch ein bisschen. Die Neichen sind in ihre Gräber zurückgekehrt. Nur ist es an der Zeit, dass die Goblins ihren Teil der Abmachtung erfüllen. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Ihr habt meine Aufgabe für mich gelesen. Eure Befehle? Nur Vögel sind schneller. Ja. Auf zum Sieg. Oh oh. Nagelt sie fest. So, jetzt schicke ich mal meine Goblins diesen Bären töten. Lass die auch Erfahrungspunkte sammeln. Wenn man sieht, sie kriegen ganz gute Erfahrungspunkte durch den Bären. Oh. Und ja, es ist doof, dass ich meine normalen Armbruchsschützen nicht aufwerten kann. Und ja. So, hier oben sind nur zwei Holzfällerlager. Ja. Mit denen ich aber, soweit ich weiß, nichts anfangen kann. Gehen wir, mein Teurer. So, ich hab nur immer noch 25 Steine. Gut. 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 Und ja. Mehr ja als nein. So, hier gibt's noch Spießgoblins. Äh, Kart. Äh, Aufträge. Ja, die halten halt hier wirklich mit ihrer kleinen Horde diese Stadt belagert. Und das ist Holz hier oben. Und? Ihr habt meine Gedanken gelesen. Natürlich. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich meine Truppen ausbraue. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ja. Ja. Ja, magische Fähigkeit geht bis 20. Die haben halt auch wirklich kein Gold. Die haben jede Menge Gold. Sind dafür aber eingekesselt. Oder auch nicht. Äh. Ich speichere jetzt hier mal. Sicher ist sicher. Nicht, dass die jetzt gleich hier runterkommen. Vorwärts. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Ja. Kleine Skelette sind eher harmlos. Zum Angriff. Vorwärts. 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 Okay, das, da oben ist wieder eine Armee. Nur Vögel sind schneller. Nehmt keine Gefangene. Töten. Vorwärts. Also ja, man sieht meine. Ich brauche mehr Mana. Meine normalen Truppen werden jetzt immer mehr dezimiert. Dafür sind die jetzt Max-Nevil-Wiesens und ich kann sie mal upgraden. Also mit normalen Truppen meine ich meine menschlichen Truppen. Gehen wir, mein Teurer. Keine Diskussion. Und? Oh, die Spießkoblins haben auch. Mehr ja als nein. Und? Max-Level erreicht. So, dann hetzen wir mal alles, was wir jetzt noch hier so haben. Auf diese letzten Skelette, dass wir auch an das Holster kommen. Aber natürlich. So, aufwerten. Und aufwerten. Still. Vorwärts. Vorwärts. Also ja. Speergoblins brauchen zwei Führerschaft. Euer Wunsch ist mein Befehl. Hier. Nur Vögel sind schneller. Ja. Vielen Dank.